Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Was eine ganz tolle Ölmischung ist, ist Stress Away. Sowohl für Mensch wie auch für Tier ist es einfach total ausgleichend, beruhigend, in stressigen Situationen, bringst dich runter. Das sind ganz tolle Bestandteile drin, das ist drin Lavendel, Copaiba, Limette, Cedar, Vanille, es duftet wirklich, auch Ocotea ist auch noch drin, es duftet ganz toll und wenn du angespannt oder in einer stressigen Situation bist, hilft es dir zu entspannen, runterzufahren und einfach alles loszulassen. Ich habe ganz tolle Erfahrungen auch damit gemacht, gerade bei ängstlichen Hunden. Die sind ja oft den ganzen Tag angespannt, verkrampft und das ist ja für den Körper total anstrengend, immer in so einer Anspannung zu sein. Und da ist es wirklich ganz wohltuend und beruhigend, wenn man einen Tropfen Stress Away nimmt. Man kann zum Beispiel auch als Kokosöl auf die Hände machen, einen Tropfen Stress Away. Der Orphi liebt es. Und wenn man dann einfach hier übers Fell fährt und es gibt ihm wie so eine Schutzhülle, ein Schutzmantel, füllt ihn ein und es trägt wirklich dazu bei, dass der Körper entkrampft, entspannt und dass der Hund sich einfach beruhigen kann und runterfahren, natürlich auch Katzen. Also es ist wirklich total phänomenal, wie die Tiere dann zur Ruhe kommen, sich entspannen und wirklich gelöst sind und nicht mehr in dieser Verkrampfung, in dieser Anspannung. Das ist wirklich ein ganz tolles Öl. Auch bei Menschen, wenn du abends total gestresst heimkommst, du hattest vielleicht einen Scheißtag und du machst dir das Öl in den Diffuser, dann spürst du richtig, wie die Wärme so in dir aufsteigt, wie du alles so zurücklassen kannst. Du schließt die Augen und ja, du lässt einfach alles hinter dir und entspannst und kannst wirklich alles loslassen. Probier es mal aus. Es ist ein ganz tolles Öl und ich habe auch noch keinen erlebt, der den Duft nicht mag. Es duftet wirklich ganz toll. Ich wünsche dir viel Spaß beim Riechen und Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!